Ihr fickt die Weiber in den Hintern. Ihr selber findet das geil, wenn ihr in den Hintern gefickt werdet. Die Weiber nicht. Das macht sein, dass es auch eine Beleidigung ist. Ein Weib hat eine Fotze. Und weil ihr einen Orgasmus wollt und nicht wollt, dass die Weiber einen haben, fickt ihr die Weiber in den Hintern. Es geht euch nur um euren Orgasmus. Es geht euch nicht darum, ein Weib glücklich zu machen. Es geht euch darum, dass ihr euch selbst befriedigt. Ihr nehmt Weiber als Bumskissen. Hört mal, wie ihr singt inzwischen. Ihr singt, als wärt ihr alle Eunuchen geworden. Homosexuell seid ihr geworden. Alle. Ihr singt, ein Countertenor ist nichts dagegen. Hört auf, ihr singt hier so. Oh, I've died too deep. Das ist peinlich. Kehrt endlich um im Darm. Ihr wollt gefickt werden. Deshalb findet ihr das geil, in den Hintern gefickt zu werden. Kein Weib findet das geil. Und ihr habt auch nicht einen Orgasmus, wenn sie in den Hintern gefickt wird. Im Gegensatz zu vielen Kerlen. Das ist peinlich, wie ihr geworden seid. Schämt euch und kehrt um. Im Namen Jesu Christi. Amen.